Bilanz, Schnupfen, Reißen in den Füßen, Hexenschuss, Frost, wie wenn man acht Stunden in einem ungeheizten Wartezimmer gesessen hätte. Kommt das oft vor, fragt Dan seine Figur. Von den drei Malen zwei, sagt die. Die Führer geben das große Ehrenwort, es kommt überhaupt nicht vor. Und während ich noch in der Hotellerie frühstücke, die sauber ist und schön kalt, bezieht sich der Gipfel mit weißen Wolken, die vom Tal aus hinauffegen. Ganz gewiss, jetzt wird er eine Mütze bekommen und ich bin ... Je suis Chocolat, sagen die in Paris. Mit einem halben gebratenen Fisch und etwas Heu im Hals reiten wir nach oben, der Esel und ich. Nach einem kleinen Stündlein sind wir oben. Sie haben neun Jahre daran gebaut und im Jahre 1882 war es fertig. Nun ist ein Observatorium da mit einer Kuppel und einem großen Fernrohr und ich lege zur größten Heiterkeit des Astronomen einen schönen Kindermund hin, als ich frage, ob hier geheizt ist. Ich weiß nicht einmal, dass die Luke, durch die das Fernrohr in den Himmel schießt, immer offen sein muss. Siehst du? Sie haben für den Wetterdienst viele gebildete Apparate und ein Wohnhaus und Zimmer und Küchen und alles ist durch einen gedeckten Gang verbunden, sodass sie im Winter nicht hinauszugehen brauchen. Meist können sie das auch gar nicht, das Haus schneit ein. Sie sind vier im Winter, die oben bleiben, oft für Wochen unerreichbar, und Lebensmittel haben sie immer für ein halbes Jahr voraus. Herr Dauper macht schon 35 Jahre Dienst. Im Tal, auf Urlaub, fehlt ihm etwas und er langweilt sich. Der jetzige Direktor heißt Herr Latrey und eine Hilfe haben sie auch, einen kräftigen, hübschen, jungen Menschen. Von hier kann man nach Baniere telefonieren und telegrafieren und sie sind gerade dabei, eine Funkstation aufzumontieren. Der grau lackierte große Apparat steht schon da. Wie mag man das alles nach oben geschafft haben? Mein Führer erzählt, er habe als junger Mensch beim Bau geholfen, es sei eine bittere Sache gewesen. Und nun sehe ich mich um. Man sieht in der Ebene nach Toulouse hin ein Wattemeer von Wolken. Unten ist also jetzt schlechtes Wetter und die Leute sagen, wenn doch nur die Sonne einmal scheinen wollte. Nun, hier scheint sie. Ab und zu ziehen graue Schwaden über die Kuppe, dann steht man im Nebel. Die Pyrenäen sind wie mit einem Messer in den blauen Himmel geschnitten, so klar stehen sie da. Ich grüße alte Bekannte. Gavani und die Roland Bresche und viele andere. Manche tun furchtbar fein und erkenne mich nicht wieder. Arbeiter graben auf der Plattform, legen Leitungen und haben alles voller Planken und Erdhaufen vollgepackt, man glaubt, in einer Großstadtstraße zu sein. Ein Hühnervolk scharrt und kakelt. Einmal stehen sie alle von der Sonne beschienen gerade am Abhang vor einer blitzenden Wolkenlandschaft, die einen schönen Hintergrund für ihre Leibe abgibt.